Was für ein Traumtor! Thomas Murk. Gute Einzelaktion und der sitzt! Rapid in Person von Thomas Murk. Ljubicic. Der Fehler von Sventa. Und jetzt führt Rapid mit 2 zu 0. Taxi Funtas mit seinem ersten Saisontor. Rapid mit der nächsten Chance durch Cara Leitner dazwischen. Aber der Ball ist im Tor. Und jetzt führt Rapid mit 3 zu 0. Marco Haussiel. Ball abgefälscht und er ist drin. Thomas Murk. Thomas Murk. Und jetzt steht es 4 zu 1 für Rapid. Der Koffer kommt. Und jetzt ist es passiert. Und es ist verdient. Und es springen hier nur die Linzer Fans. Kiani. Viel Pass. Gut. Keine Abseits. Keine Abseits. Nussbaumer. 1 zu 0. Das ist ein Tadic. Das ist ein typischer Tadic. Zlatko. Denic. Verletz. Ein Radlinger. Vierte Minute. Und jetzt steht es 1 zu 1. 20. Minute. Und jetzt steht es 2 zu 1 für die WSG. Nach einer halben Stunde. 82. Minute. Julia Wiesmeyer. Ausgleich für die SV Gunter-Marty Griez. Hoffenbacher mit dem Freistoß. Meisel. Und da ist es. Wahnsinn. Das 3 zu 2. George Davies. George Davies. Und nochmal auf der Linie geklärt. Und dann wird es Turbolitz. So muss es leicht. Dann noch ein Eigentor. Zum drüberstreuen. Also dieser Saisonauftakt ist für den WAC alles andere als gelungen. Und dann auf Daka. Da sind seine Momente. Und da sind dann auch seine Tore. Was für ein Tor schon wieder. Von Paz und Daka. aus der Latsch. Und dann war der Latsch. Und dann ist Koltzisch frei. Aber Koltzisch macht es alleine die Entscheidung. Seko Koltzisch mit dem 3 zu 0. Wiesinger, Wiedermacht, sein erstes Tor in der Bundesliga.